Du bekommst in einer neuen Runde Let's Play Minecraft Together mit dem... Hypergun und meinem Bow-Wall. Ja, und mir. So, Beach-Disco oder so heißt das Lied. Hab ich jetzt mal angemacht. Julian ist immer noch da, aber aufgrund Techniker-Querekeiten. Ja, doch, vielleicht habt ihr ihn gerade gehört, aber er kann Robin und mich, beziehungsweise nur Robin nicht hören. Aber, ähm, ja. Er probiert jetzt die ganze Zeit hinten weiter, äh, Laptop anzumachen, dass er uns wieder hören kann. Ist ein bisschen tächtig und so. Ähm, ja, dann wird auch er wieder komplett aktiv sein, kann man sagen. Aktiv! Sehr aktiv im Bett. Was? Woher? Ja, Wikipedia. Aha, ja, wissen wir das. Ah. Woher denn die Sonne? Also muss man nur den Namen angeben, dann weiß man das alles. Genau. So wie bei dir. Ah, bei mir steht das... Doch, wenn ich deinen Namen eingebe, dann finde ich da was über dich. Ja, warte mal. Okay, muss ich das gleich mal gucken. Kuh, bleib stehen. Oh, mein Hund ist immer so krass. Julian? Ich hab ja... Warte mal. So, äh. Warte, das Mikro muss ich nehmen. Rote Kabel. So, jetzt hört ihr ihn kurz, ähm... Hallo. Ja. Ich hab ja eben gesagt, der Hund von Robin wird nicht lange leben, ne? So, und jetzt gerade hörte ich die Meldung. Oh, ich hab einen Hund umgebracht. Hoppala. Links unter den Kasten. Und dann, ja. Zurückfahren und dann rechts hoch. Aber pass auf, du wirst abgeschossen. Bist du schon gleich. Vielleicht. Wahrscheinlich. Ungefähr. Manchmal. Oh. So, ich hab ja so ne Kacke im Inventar. Ähm. Mach am besten schon mal ne Kiste für Blumen. Weil im Inventar ist das komplett voll mit Blumen. Okay. So, dann geh ich jetzt mal, äh, Viecher jagen. Beziehungsweise Viecher holen. Geh du mal Viecher holen. Ich komm dann später und bring die wieder um. Fick dich bloß. Viel, ohne Spaß jetzt mal. Fick dich hart in den Arsch. Wieso nicht? Geht nicht. Ne, kann ich nicht alleine. Doch so einen kleinen Penus. Ha. Äh, das ist mir jetzt zu intim. Ha, ha, ha. Wollt's grad sagen, der ist von Männer, ja. Ne, 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 ne. Ich will nicht. Ne, hatte ich nicht vor. Ja, auf jeden Fall mal ein interessantes Thema. Äh. Julian. Mhm. Findest du Dildos für Männer wären ein interessantes Thema? Äh. Ja. Ja? Ähm. Mal davon abgesehen, dass jeder Mensch Dildos benutzen kann. Mann, Frau, Kleingeschlecht. Gibt's nicht mal Unterschiede. Egal, ich werd nicht abgeschossen. Nö. Also, ganz oben ist die Blumenkiste. Ich werde mal nicht abgeschossen. Ah, okay. Du? Richtig? Lol. Ja, wollte ich auch grad sagen, aber egal. Also, äh, links ganz oben. Dafür brauchst du erst mal Sterne. Da werd ich noch da weg. Ja? Ich hab irgendeine Lüste gefunden. Schön. Mhm. Gott. So, also, äh, bei den Sachen ist ganz oben ne Blumenkiste. Äh, okay. Jo, Pekchen. Pekchen. Ich suche nämlich so ne Pyramide. Pass bloß bei den Pyramiden auf, du weißt, dass da TNT drin ist, ne? Oh. Gut. Mhm. Ich bin nämlich extrem minderwertig. Ja, ganz auf den Kopf gefallen bin ich noch nicht. Alter, doch ist der nicht auf den Kopf gefallen. Liegt aber daran, dass ein Händrecht nie aus dem Bett rauskommt. Ah, ja, das könnte möglich sein. Der sieht so geil aus. Ich mein, ich hab zwar als Kind schon mal leichten Dachschaden hab. Hab ich immer noch. boah. Pff, boah. 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 Darf ich immer noch. Schwer zu fliegen. Wen? Flugzeug. Böfen. So, I need Chicken Wings oder Chicken Wings hab ich sieben Stück. Achso, ich dachte jetzt gerade. Oh Gott. laufe und ich laufe. Ich bin gerade am überlegen, ob das hier nicht vielleicht für Hühner. Ja, es reicht für Hühner eh. So, haben wir Easter Eggs. Oh fuck. Müssten eigentlich nur Hühner sein. Da vorne ist schon mal ein Schwein. Upala Leute, sorry. Einen braucht man nicht zu suchen. Ja, die Hammer. Genau. Würde ich auch gerade sagen, Schweine. Oh Gott. Jetzt, oh, Robin. Ich hab ne Pyramide gefunden. Warte, da sind doch immer Diamanten drin, oder? Oh, manchmal. Ach, cool. Wie da einfach mal ein halbes Schiff steht, ne? Sieht so geil aus. Gut, ähm. Jetzt muss ich aber überläschen. Oh, hier ist irgendwie kein Holz. Hast du Eier mit? Ja. Ich sammle die Eier ein. Okay. Deutschland braucht Eier. Wenn ich dann welche finde, nimm die mit, ja. Was packe ich denn jetzt, du Shit, ihr ließt. So, jetzt muss ich überlegen, ich brauche Holz. Hast du auch von diesem dunklen Holz Samen mit? Oh, warte, ich komme mal zu dir. T-S-L-S-T-P, Rockman, Hypergun, zack, bla, Wolle. Hier ist ein Smaragd, goldene Pferderüstung, aber kein Diamant, nimm mal alles mit, was hier drin ist. Ich stehe genau in der Mitte. Warte kurz. Seh dich nicht. So, das konfiszier ich mal kurz. Perfekt. Wieso kann ich das einsammeln? Wo habe ich das denn jetzt? Ich sehe, ich habe auf jeden Fall Seht. Ja, ist ein Bug. Ich sehe dich nämlich. Warte kurz. Trennen, mehr Spiele, meins. Ja, jetzt müsste ich da sein. Okay, werf mir mal ein bisschen was zu. Hör mal auf mit dem Sandstein abbauen, bitte. Was soll ich denn zuwerfen? Alles rohe Essen am besten, Eier, oder was hast du? Das schenke ich dir. Äh, Kartoffeln habe ich noch, Möhren, perfekt. Ja, gib mal her, hast du dafür auch Seeds? Och, Robin. Nee. Ich habe nur neun Slots frei. Acht. Vier Slots. Ein. Okay, jetzt nix mehr. Im Fall. Jawohl, warte, hier. Ah, nimm die blaue Wolle mit. Scheiße, was ist ein Datfenbiom? Ja. Weg, das mit dem ich geholt? Ich brauche nämlich Samenfüttertholz. Warte, gib mir mal ein paar Steine von dir, bitte. Warte, bleib mal stehen, bleib stehen. Ja, Sandstein, dann kriegst du, äh, hier in der Druckplatte, hier. Bisschen mehr vielleicht? Klar, wenn ich welches hab, kriegst du es auch. Egal. Ich nehme jetzt hier einen glatten Sandstein mit, Leute, damit ich mal nach oben komme und vielleicht auch kurz laufe. Achso, ja, hier in der Treppe. Da ist halt einer gebaut. Ging was schneller. Haben wir schon wieder Nacht. Kann doch nicht wahr sein. So, und jetzt laufe ich mal da hinten lang. So, ich hoffe, nehme ich, dass ich dann, ach cool, drähe, Blöcke Gras. Ich bin jetzt auch einfach mal so frei, kurz. Naja. Zugt mich ja nicht. Ich laufe jetzt einfach mal wieder in eine andere Richtung hier. Ah, wir sind schon mal zu gut. Äh, ne, jetzt bei 11. Noch? Ah. Hoppla, nein, nein, Aber mit mir. Du weißt doch hier, deswegen haben wir auch ebenso oft gefällt, Leute. Ich starte die Aufnahme immer dann, wenn, also Audio, Spur, da wird mir angezeigt, wie lange wir schon aufnehmen. Und Video, das starte ich genau gleichzeitig. Ich hab, auf R, für, ach, das sieht cool aus, für R auf, äh, für R auf, R auf, äh, mein Video, äh, meine Audio zu starten und auf F9 ist das Ganze nochmal für die, ähm, Video. So, warte, aber hier setze ich mal einen Wegpunkt und zwar, neuer Wegpunkt, bunti, bunt, fertig. So, den will ich nicht sehen, den will ich nicht sehen, den will ich auch nicht sehen. So. Das Einzige, was ich sehen will, ist Homeland Security. Mensch, muss halt spachteln. Mhm. In welchem, ähm, Dings hast du denn das, Holz gefunden? Ja. Welchen Biom, oder was meinst du? Ja, wie sah es denn aus? Äh, die Bäume, die waren die waren ihre Bäume und, äh, die Blätter hingen so ab, ja, ne, ich meine, jetzt war das, äh, acht Blöcke hoch. Wie nennt es das, ein Wüstenbiom, war es eher was dschungeliger, war es, nö, etwas dschungeliger. Oder war es so, äh, Sumpf, also mit Lianen und sowas? Nö, 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 also noch hell. Ja, ja. So, warum war das? Na gut, der Wald war dunkel, wenn du da reingegangen bist. Weil die Bäume eben halt dicht an dich stehen. Möglichst wenig abbauen, weil ich kann ja nichts mehr mitnehmen. Was ist das? Oder ist das normal? Was sieht normal aus? Das ist normal. Shit. Da vorne? Nö. Ich will nämlich diese dreckigen Seeds für die Bäume haben. Man muss immer von neuen Sachen, Bäumen gerade, Seeds mitnehmen, damit man die daheim pflanzen kann. Ja, klar. Wie lang bist du, bist du schon durch dieses bunte Gebiet gelaufen? Vielleicht jetzt. Wie lang ungefähr? Ja. Ach du Kacke, ey. Fünf Minuten? Apropos fünf Minuten, wir müssen auch mal die Folge beenden, ne? Ja. Oh, ja. Boah, dann wärst du ja voll den Kreis gelaufen. Mir fällt nämlich gerade ein, dass das sehr häusig und zwar anders ist. Wie fängt hier in ein normales Biom an. Du weißt, wenn... Welches? Ne, neues Biom. Kann ich nicht sagen, die Bäume sind etwas krumm gebaut. Warte. Ah, ja. Akazien. Nimm das mit, das Holz. Wollen wir hier beenden? Okay. Hier, Jokka, Mann. Voll auf Entdeckungstour. Da ist er. Hehehe, voll, 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 ist immer da. So viele neue Holzarten, das ist der Wahnsinn. Warte mal kurz, bleib mal kurz bitte da, wo du jetzt bist, weil dann ich mal kurz nach Hause und lehre mal kurz alles hier inventar aus. Das wir, äh, ein bisschen. Ja, schnau. Gut, Achtung, T-slash-tp, Hockmann, Hypergarten. Äh, das ist ein Hühner. Und von wo kommst du? Äh, von da, wo du herkommst. Da hinten in die Richtung, wo ich gucke. Mhm. Wüste. Ah, da vorne ist tatsächlich mein Baum, okay. Ich hab übrigens ja, ich auch. Seeds davon mit. Nein, hab ich. Dann warte, du hast Seeds und Bäume davon, ne? Gut, dann werfe ich die hier mal rüber. Ja. Hier. Dann kannst du mich, warte hier. Dann kannst du mich du die tragen, und dann hab ich Platz für andere Sachen. Ist das das dunkle Holz? Nee? Nee. Das Holz, was ich hatte, ist ja noch dunkler. Noch dunkler? Sogar noch dunkler als ähm, 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 Dungel. In welcher Richtung willst du denn jetzt gehen eigentlich? Äh, in die, wo du jetzt sagen bist, hier weiter. Vielleicht finde ich ja nochmal das schaffen was, und dann brauchen wir auf jeden Fall Seeds dafür. Ja. Oder, Julian? Ja? Äh, hattest du eben auch so ein Bion mit diesem ganz dunklen Holz? So, wie du jetzt da bist? Nee, äh, na warte, ich mach's kurz so. Warte, äh, das, nee, wo ist es denn? Ja, Fichten wohl. Nee, nicht Fichten. Äh, ich seh's gerade, also ich cheat mir jetzt nix, Leute, ihr seid ja live dabei. Ähm, war der Boden so ganz rötlich und so? Ja, ja. Julian, äh, nicht Julian, Robin? Nö, normal. Okay. Hm. Assig. Weißt du, hier treibt sich alles an Viechern rum, ne? Mhm. Jo. Nur bei uns. Und gerade Pühe. Pühe werden pichtig. Kühe werden wichtig. Ja, die werden pichtig. Ich kann hoffen, dass die Hühner hier Eier gelegt haben. Wahrscheinlich ähnlich, ne? So wie ich ihn erkenne. Ja, Bau ab. Kürbisse oder nee, wir haben Kürbisse, wir haben Kürbisse. Ach ja, wir wollten die Folge beenden, ne? Genau, ja. Jo, dann, ähm, ja, okay, dann, Leute, ähm, ich laufe jetzt noch ein bisschen weiter, dann, ja, bis zur nächsten Folge von, ich habe ein Dorf gefunden. Gut, ja, moderiere, du einfach gerade ab. Hä? mit dem und dem weltberühmten, super bekannten, alles vernichtenden, hipergan 94, 95. Ähm, ja, ich will jetzt auch noch zu Ihnen Haus da. Ne, das machen wir nächste Folge, machen wir nächste Folge, jo, jo, tschüss. Machen wir nächste Folge, gut.